Hallo Freunde, ich habe wieder, ja, ganze Rüstung könnte man das jetzt eigentlich schon gar nicht mehr nennen, aber nennen wir es mal zum Komplettieren, noch eine X01 gefunden und die findet ihr hier, also oberhalb von Jamaica Plain, nicht so da wo ich jetzt hier bin, da seht ihr schon, ein Panzer steht da und zack, hier steht das gute Stück, ein Torso und ein rechter Arm, also, wer eine zuhause, also wer eine rumstehen hat, die nicht komplett ist, vielleicht kann es dafür kompletieren, aber ja, das war es auch schon wieder mit diesem kleinen Guide und bis zum nächsten Mal.